Und die nächste Map, Simpsons Street. Wir schleichen uns von hinten an, die haben wir nämlich eben schon mal gespielt. Und da hat das ganz gut geklappt, dass wir uns von hinten angeschlichen haben. Der war nice, der war geil. Ah, verdammt. Okay, auf, wieder von hinten an hinten, von hinten. Tan 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 tan. Tadadam. Ah, schade. Waren die noch so lange an diesem, äh, also dieses, äh, Protect? Leider. Komm, komm, lad nach. Oh, das gibt's nicht. Das kleine Arschloch. Und schon wieder. Das gibt's doch nicht. Einmal noch laufen hier rum. Oh Mann, okay, proben wir es von vorne mal. Gucken, ob man da jetzt besser ist. Ja, immerhin einen Kill gemacht. Tja, 17 schon, ey. Niemals, ich bin grad mal bei 4. Das holte ich nicht mehr auf. Also wenn ich jetzt keinen riesen Run mach hab. Oh, ich sterb auch bei jedem Mal. Mal so 2 Kills, bevor ich wieder sterbe, mal machen. Ist irgendwie nicht so drin. Andere ist schon fast beim Messern. Äh, beim Kanaten. Boah, da wär ich fast gemessert geworden, ey. Alter Schwede. Dich hab ich gesehen. Du Kopf, ich hab ich gesehen. Uwe, nice. Okay. Nice level. 13 Kills, das wird echt kaputt, wenn ich den noch drauf holen will. Boah, Leute. Ja. Das war auch knapp bei dem. Na, Alter. Oh, Mann. 14. Also das ist echt schlecht. Weil man nur bis 14 ist, finde ich persönlich, bin nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum. Ihr fragt euch vielleicht, warum unten da so meine, meine, meine Muni und so weiter so scheiße entsteht. Ich hoffe, dass das einfach nur von dem, deinem Game ist.